hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Vertical Drops Heroes HD mit mir dem Wob und zwar wollen wir mal gucken was das schönes ist die Provenzialen große Helden ja das können sie eigentlich selber lesen das muss ich jetzt nicht so press left and right is called an election day to score 1 character for 5 coins wir werden mal Level 1 Damage 3 bis 11 na dann werden wir doch mal den nehmen tauschen Megasprung und S plus S wenn du nachgucken möchtest wie durch verschiedene Fähigkeiten und Kräfte wirken kannst du die zwei Mönche im Tempel des Wissens aussuchen alles klar so Megasprung ich muss jetzt mal ein Stück leiser machen gut das geht schon mal nicht was ging jetzt ab alles klar so machen wir mal ne so was muss ich denn jetzt hier machen was soll man mit der besseren Waffe dazu wie sie werden fertig naja gut also wir müssen auf jeden Fall erstmal in dieses Portal und das kann man sich dann nach und nach kaufen für 25 was weiß ich Megasprung du bist mit dieser Kraft gesegnet oh Megasprung springt hier höher und die ja keine Ahnung hu 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 so weit wird man jetzt auch wieder nicht was ist das hier du musst diesen Spiel mindestens einmal abschließen bevor du den roten Kristall für ein New Game noch einmal benutzen kannst alles klar was ist hier Panda Bärchen naja gut wir werden wir wollen spielen wir wollen spielen so alles klar so was muss ich machen was muss ich machen äh lieber den Geruch vom frisch geschnittenen Gras ja wir lieben den Geruch vom frisch geschnittenen Gras nicht dass das heißt dass ich schon ins Rauch oder so ne so was gibt es hier alles was gibt es hier wie schlag ich hier an so schlag ich alles klar also mit S hau ich zu ok 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 krieg ich den Kohl hier teils doch genau auf das Vieh drauf also da gehen wir mal nicht lang uits jawoll jawoll komm her krieg's gleich passen oah voll hardcore kann man die Musik nicht ein bisschen spiel sound an ah du bist laut dann muss ich ja lauter reden na gut da rät ich eben ein Stück lauter soo wo müssen wir denn jetzt lang alter die Mucke ist ja quenk scheiße was ist das hier add me was denkst du was ich mache was soll ich machen ok 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 ja wir haben keine Schlüssel da muss ich erst wieder hoch oder ich hab keinen Schlüssel was soll ich achso ich hab keinen Schlüssel was soll ich achso wuh dann kriegst du die Kiste auf ich krieg die Kiste nicht auf oh was war das meine Megawerbung oah was geht denn jetzt ab König König Ludwig weil du sie äh diese ärgerlichen Monster haben eine der meinen besten oah das ist doch ein bisschen sehr laut dann muss ich es doch ausmachen ich kann es nicht ändern ah das ist ja wuh hab mir einige meine besten Helden gefangen genommen wenn du mindestens drei von ihnen befreist werde dir die Erfahrungspunkte zu stehen alles klar Schnecki Butter Blümchen machen wir doch oh ich hab ihn gesprengt scheiße so jetzt machen wir erstmal ihn platieren ja ah siehst du da auch schon die Schlüssel und was war das jetzt ne toll alter na komm naja Leben oder was Mana Mana Leben oder was weiß ich oh scheiße wuh das läuft ja wie Schmitz Kätzchen hier hä will du mich verarschen hihihihihihi nr da boah das seht du komisch an ja noch ein Schlüssel scheiße nicht gelesen noch ein schlüssel was wir müssen rüber ich hasse das ich weiß gar nicht wo ich bin wer bin ich wo bin ich scheiße müssen wir töten ich bräuchte ein bisschen heilzeug ich bräuchte ein bisschen halber alter was sind das denn für ein spiel herbst wald er wird diese eigenschaft der zukunft der gelten minzen edelstern werden von dir angezogen alles klar okay das leben diese so kommen wir auch ein aber wir kommen natürlich nicht hoch das ok das ist doch mal das schaffen wo ja kräft nein siehst du geht auch so alles klar alles klar ja ist ein bisschen scheiße und musik aber das ist aber die nicht nicht reißer stellen kann das ist halt blöd ich nicht so okay nehmen wir den hier unten man er zauberer wizard wo es jetzt geschützt na 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 ja 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 ich hab kein k das warte wo es jetzt nirgends wieso ist der jetzt wenn wir den alles klar gestartet sind in der männer 1 aktiviert diesen heiligtum geben mindestens im nirgends zu springen und zu spüren und zu spüren alles klar okay langsam müssen wie es funktioniert voll daneben gesprungen was heute das äh tut die mir jetzt was oder nicht alles klar hab ich hab ich krieg ich hin no more coins was war denn das bist du scheiße wichser es klar noch mal was das denn ich weiß gar nicht ob das was gekostet bei steam da müsst ihr mal gucken nur ich stehste ich habe keine case scheiße ich stehste nicht ich weiß nicht ich möchte es auch nicht lügen er hat er z hier wurde ich habe immer noch keine Schlüsse scheiße denn das natürlich hey hast du das arsch offen oder was wichser wechsel 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 scheiße jetzt hast du dich nicht befreit da kriege ich doch wieder keinen schirm kacke alter was ist denn hier ab ah das ist auch gut ja nochmal coins keine coins keine coins was auch nicht das ist auch gut von oben wieder los das ist doch scheiße habe ich einen schlüssel natürlich nicht das ist doch acht bin ich doch gleich wieder tot sie ist da weiß ich gesagt ja komm wenn wir mal jetzt ja guck mal 4 bis 11 da wurde befördert klone klone pfeil tauchung klon nehmen wir mal den hier gimme mal 2 3 4 5 5 6 das ist super ich brauche mehr schlüssel das nützt mir doch alles nichts der scheiße wenn er mal jetzt den marken keine kunst mehr von schilder von vorn an auch nö gell scheiße naja da muss ja nein assi und schlüssel ja toll ich muss wie kann ich den befreien ja jetzt bist du fällig also mein freund der nacht scheiße bin schlecht ja ich habe keine kunst mehr stimmt das für eine kacke alter ja ich kann es jetzt nicht ändern ja jetzt geht es hier wieder ab wo können wir noch irgendwas aktivieren mein freund das ist doch mal was geiles los rein jetzt ich will jetzt hier gewinnen verdammte scheiße so jetzt gehen wir hier lang das machen wir nicht haben wir keine schlüssel jetzt gibt es packen wichser scheiße scheiße jetzt können sich an und ich habe keinen schlüssel nicht leben ich kann den schlüssel ich habe das auch immer ich wollte mich verarschen oh, 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 oh ey, fuck nochmal, krieg mal hin, krieg mal hin, keine Panik alter, einschlag und das fieber def komm so muss ich die befreien hier oder was das ist in einem Jahr 20,9 haste ich nicht spitzwohl kriege ich nicht kaputt kriege ich auch nicht kaputt das krieg ich kaputt das ist klar, oh, oh, noch ein Schlüssel und noch ein Schlüssel nehmen wir noch mit drüben ist noch einer ich komme auch nicht mehr hoch doch, ich komme hoch na, komm mal ruhig her, komm mal ruhig her, komm mal ruhig her, krieg das gleiche packen wir noch einmal eine Hose eine Hose oh ja, 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 klar komm her, wichser, wichser, komm, du auch ja, 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 klar, ja, ja, das ist ein oder ich muss ja irgendwann mal jemand jetzt aber jetzt mach die blätter und das jetzt schaffte im Wichser, Alter. Hä? Nein! Scheiße. Ja gut, ich würde sagen, das habt ihr erstmal einen schönen Einblick gesehen. Von The Vertical Drop Heroes HD. Und ja... Leider habe ich immer verloren. Aber... Ich weiß hier kein Spiel, sondern... Oh! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!